Die steigenden Zinsen haben zu Verlusten bei fast allen Vermögensklassen geführt. Aktien, Anleihen, Immobilien, aber auch Private Equity und Infrastruktur haben oder hatten bereits Anpassungen. Die steigenden Zinsen lassen alle Vermögenspreise gemeinsam den Rückwärtsgang antreten. Und die Frage für Anleger ist natürlich nun, ist ein Ergebnis meiner Anlagestrategie angemessen oder nicht? Sie sehen das hier im Beispiel, die Frage, die sich viele Anleger stellen. Naja, ist ein Verlust von beispielsweise 10% im Jahr 2022 ein schlechtes Ergebnis für meine Anlagestrategie? Das eine, die absolute Betrachtung, natürlich ist es ein negatives Ergebnis. Aber viel wichtiger ist es, das Ganze in einen Kontext einzuordnen. Wir haben das hier mal exemplarisch dargestellt. Es kommt nämlich darauf an. Die Frage ist, die relative Betrachtung, was war denn das Ergebnis einer fairen Benchmark im laufenden Jahr? Also wenn ich beispielsweise ein defensiver Anleger bin, dann werden häufig Vergleichsmaßstäbe gewählt, die zu 30% aus globalen Aktien, zu 70% aus Anleihen bestehen. Dann kann man hier betrachten, wie war denn der Vergleichsmaßstab in der Entwicklung in diesem Jahr? War der besser? War der schlechter? Bewege ich mich da in dem Umfeld, was der erwarteten Rendite-Risikoumgebung entspricht? Im nächsten Schritt wissen wir alle, ein Jahr ist kein Betrachtungszeitraum. Zumindest sollte man drei Jahre, respektive 36 Monate betrachten, also nicht nur auf die jüngste Entwicklung betrachten. Also wie sieht der Vergleich der Strategie über drei Jahre mit dem fairen Verglasmaßstab aus? Und die Profis, die sagen natürlich nicht nur, zeigt mir den Chart, was ist höher, was ist niedriger, sondern die sagen, Moment mal kurz, wie war denn beispielsweise die Partizipation der Strategie, wenn es hochgegangen ist, in Relation zur gewählten Benchmark, respektive wie war diese Downside-Capture-Ratio, wie die Experten sagen, wenn es runterging. Und aus diesen Relationen kann man schon ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen, wo Stärken und Schwächen liegen, oder ob man vielleicht auch die falsche Rendite-Risikoumgebung gewählt hat. Etwas, was ja im Nullzinsumfeld durchaus vorkommen konnte. Das heißt, wenn wir uns das betrachten, wir merken uns die absoluten Performance-Zahlen, die sagen nichts aus, die relative Einordnung zur fairen Benchmark macht immer Sinn. Kurze Betrachtungshorizonte sind ebenfalls nichtssagend. Meistens ist dieses, schau mal hier, wie gut etwas jetzt funktioniert hat, Werbung für etwas, was gerade mal funktioniert hat. Wenn man den Horizont dann auf drei oder fünf Jahre weiter stellt, man fest, naja, die Gesamtentwicklung ist vielleicht doch nicht so prickelnd. Von daher muss der Aufruf an dieser Stelle sein, sollten Sie auf dieser Basis Anlageentscheidungen treffen, also dieses kurzfristige, was hat gerade funktioniert, ohne es auch relativ und im relevanten Zeitraum einzuordnen. Nein, natürlich sollten Sie das nicht. Wie es besser geht, das würden wir Ihnen gerne zeigen. Ich darf Ihnen ein weiterhin glückliches Händchen wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald.